Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial. Das ist ein kleines Tutorial und zwar geht es hier um wie ihr den DT Bug behebt. Und zwar jeder der die DAO-Files hat und schon mal DT Run probiert hat, wird bestimmt auffallen, dass man nur bis zur dritten Ebene kommt und danach geht es nicht mehr weiter. Ja, diesen Bug will ich euch jetzt zeigen, wie ihn löst und das ist nicht ganz einfach. Eure Surfer muss nur an sein, er muss nicht mehr gestartet sein und ihr braucht Fetzler, wie er dazu verbindet, habe ich ja bereits ein Video gemacht. Und ihr braucht devil tower-zone.quest Datei, die Datei bekommt ihr aus dem Anhang. Und zwar geht den Fetzler rein, connect einfach zum Surfer. Ich muss das ja irgendwie wieder ein bisschen anders machen, wenn der Fetzler rumspackt. Auf jeden Fall, wenn ihr Connected habt, dann solltet ihr auch so dann geht in Game, Quest und dann solltet ihr auch schon in den Archiv. Und dann zieht ihr die Quest einfach hier rein. Dann überschreibt ihr die, macht ihr OK. Macht hier ein X. Dann schreibt ihr hier rein M2QC. Dann reloadet er die Quest. Und dann könnt ihr rebooten. Und dann könnt ihr den Surfer wieder starten. Und dann ist das Problem auch schon gelöst. Dann könnt ihr jetzt ein vollständiger DT-Run machen. So, das war so schon wieder, wie ihr den Surfer startet. Sollt ihr dann selber wissen. Zeigen tue ich es jetzt nicht, weil ich es genau weiß, dass es funktioniert. Ich habe es selber schon getestet. Und ja, das war so schon wieder mit diesem Tutorial. Es war kein sehr langes. Ich glaube nicht mal, doch über eine Minute gerade knapp. Aber okay. Gut. Wenn es euch, wenn es geholfen hat und ihr diesen Fehler hattet und jetzt behoben habt, einen Daumen hoch, kommentieren, abonnieren. Und ja, bis zum nächsten Tutorial. Ciao.